Grüß euch! Unser Geschäft sehenswert Augenoptik gibt es jetzt fast 23 Jahre in Rohrbach und wir suchen Verstärkung. Und zwar sind wir auf der Suche nach jemanden mit der abgeschlossenen Ausbildung zum Augenoptiker und wenn sie euch beruflich verändern, werden wir uns dann über eure Bewerbung freuen. Ruft einfach an oder schreibt es uns. Bei uns hättet ihr jeden Mittwochnachmittag frei und ihr hättet auch jeden zweiten Samstag frei. Wir schenken euch zwei Brillen im Jahr und wir sind ein kleines Geschäft. Also das heißt, bei uns muss man als Augenoptiker wirklich alles machen, Verkauf, Werkstatt, alles was halt so anfällt. Und die Werkstatt, die zeige ich euch gleich einmal. Also das ist unsere Werkstatt und mit den Geräten könnt ihr ihr arbeiten. Das ist unser Lassstress, unser Automat. Genau, wir freuen uns auf eure Bewerbung. Ich zeige euch jetzt die Geräte, mit denen ihr arbeiten könnt. Das ist unser iProfile zum Ausmessen von den Augen. Da herüben haben wir unser Videozentriersystem und da hinten drinnen, da ist unser Refraktionsraum. Aber ihr wisst ja selber, wie der ausschaut. Also wir freuen uns auf eure Bewerbungen, euer sehenswert Augenoptik Tim.